Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Minecraft. Ich und der Harry sagen Hallo. Ja, um was geht es heute? Heute geht es mal darum, dass ich jetzt mal was essen tue und anschließend werden wir hier einmal Renovierungsarbeiten vollrichten. Ähm, ja. Dazu brauche ich immer das richtige Holz. So, habe ich da was. Fichtenholzbretter. Fichtenstamm. Eichenstamm, Eichenstamm. Ähm, ja. Hier habe ich mal Fichtenholzbretter. Zwar fünf Stück. Das werde ich, äh, das war das Falsche. So, hier ist das Richtige. Gut, dann werden wir jetzt hier weitermachen. Also da brauche ich Fichtenholz. Also ich werde einmal Fichtenholz klauen von irgendwo. Das ist, was ich weiß. Eichenholz. Das ist ja Eichenholz, Leute. Hier drüben ist Fichtenholz. Hier drüben ist Fichtenholz. Habe ich da eh meine Hacke mit? Ich habe keine Hacke, Leute. Ja, dann werde ich hacken. Machen. Steinspitzhacke wäre besser, weil ich habe ja nicht nur Stein. So, habe ich eine Steinspitzhacke? Habe ich hier nicht. Ähm, aber Stein habe ich genug. Ähm, Sticks habe ich hier. So, Steinspitzhacke, ähm, da werde ich mir auf jeden Fall hier mal zwei machen. So, sensationell. So, gehen wir hier rüber, machen wir mal Fichtenhölzer. Denn ich brauche die... Ich brauche die... Ah! So. Das sind die Fichtenhölzer, oder? Fichtenstamm, jawoll! Also werde ich mal Bäume kloppen, Leute. wäre natürlich toll wenn ich setzlinge hätte hier drüben habe ich da einen dass ich da bei mir fichten holz anbauen kann ok irgendwo ist ein monster habe ich gerade gehört egal klopfen wir weiter ein pferdchen gut habe ich irgendwo hier einen setzling hier haben wir weitere fichtenhölzer ja da klopfen wir bäume das wird schon wieder finster die einen kloppe ich ja noch so hier haben wir noch einen setzling ja können wir lassen ich muss mal kurz schauen ok nur dass ich weiß die zeit weiß ich habe mir nämlich keinen timer gestellt werde ich auf jeden fall was machst du hier steh auf das ist mein bett jetzt hüpft er auf mir herum wahnsinn echt so gut habe ich einige fichten stämme und die kann ich mir jetzt hier hinlegen und ich kann schon weiter bauen ich kann renovieren liebe leute ich kann renovieren hier ist die türe so erde habe ich hier eingepackt irgendwo granit erde so das sind steine ok dann muss ich jetzt hier steine brennen mal ehe es weiter geht normale bruchsteine es geht bis hier rüber das heißt ich muss hier steine setzen ehe nur 1 2 3 4 5 6 steine ähm gut jetzt werde ich hier dieses hier nehmen ja schaut schon wieder gut aus so 4 habe ich einmal die muss ich dann in den anderen Ofen geben 5 habe ich äh ja Harry was was erzählst du da wo bist denn du Harry wo ist der Harry der Harry ist nicht da so die gebe ich in den anderen Ofen rein so da kommt dann die Tür hin so wie viel brauche ich von denen sechs haben wir gesagt genau zwei haben wir schon vom glatten Stein das ist das was ich brauche so schauen wir mal was draußen so abgeht hallo Harry unser Harry er ist ja wirklich ein cooler Mensch cooler Villager können wir hier abernten ja können wir Karotten so Weizenkörner und 35 Karotten bleiben uns über na sehr toll unser Mitbewohner Harry dann werde ich jetzt einmal hier ein bisschen sortieren Weizen so gut genau sechs Stück zack 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 wir haben es wieder geschafft ja die passt diese Türe kommt jetzt hierher nein das wollte ich nicht ja so mag ich das haben ein lieber Tipp von vom Honk vielen Dank das mag ich jetzt so das heißt ich werde jetzt hier diesen Stein abbauen und ein Holz hinmachen hier unten genau und da kommt dann draußen die Türe hin mit der Hoffnung dass mir das nicht noch einmal passiert so sensationell das habe ich jetzt eben gemacht sehr gut Fenster möchte ich ja auch einbauen eigentlich das heißt ähm ja habe ich Fenster nein ich habe keinen keinen Sand mehr ich habe kein Fenster mehr ach Leute ich werde hier ein bisschen so meine Truhe säubern gut eine Steinschaufel ich traue mich hier ganz ganz vorsichtig nur hin jetzt ihr wisst warum hier brauche ich ein bisschen Sand ab so mit dem mache ich dann Fenster sensationell und wir gehen wieder so also mit diesem Sand wie mache ich das jetzt Glas okay wie mache ich das Glas jetzt habe ich das jetzt übersehen glas 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 wo habe ich hier Glas glas ah was mache ich hier ich muss da doch in den Ofen schieben Sand in den Ofen schieben so wird es glas genau ja immer die Tür zu lieber Harry immer die Türe zu lieber Harry so wo werde ich das Glas hin tun ich werde mal wo werde ich die Fenster machen ich werde mal hier Fenster machen und hier Fenster machen so so sagen wir das jetzt kann ich Glasscheibe brauche ich mehr ja von Glasscheiben brauche ich mehr das heißt ich muss noch ein bisschen brennen haben wir hier noch was drin ja die Steine werden noch gemacht so ich brauche eine zweite Kiste die werde ich mal hier hin tun eine zweite Truhe ähm ja kann ich mal mit dem auch machen so gut eins zwei na bitte da werde ich auch einiges rein tun und zwar werde ich mal Steine hier rein tun Diurid glatter Stein äh ja Holz Erde alles was mit Holz zu tun hat wird hier hin Karotten zum Essen na bitte Zombiefleisch brauche ich auch nicht unbedingt gut Schauen wir mal herum Schauen wir mal herum hierher habe ich noch Steine hier habe ich noch Steine jetzt wird schon wieder viel dunkel ja hier kommen dann die kommt dann das das Glas hin 11 warten wir noch auf 1 ja so 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 16 einmal zweimal einmal zweimal einmal zweimal sehr gut Glas Glas hier oben Stöcke kann ich auch hier hin tun Setzlinge so na bitte da kann ich jetzt da getrost auf das warten so habe ich Pfeile eigentlich nein Pfeile habe ich nirgends hier ist irgendwo ein Zimbo äh Zombie was habe ich hier drin da schläft wie jemand der Harry hat sich nein da oben ist der Harry Harry was machst du auf dem Dach tu es nicht tu es nicht lieber Harry das Leben ist doch so sinnvoll nehm es dir nicht lass es bleiben lieber Harry ja also jetzt werde ich mich das Monster in der Nähe hier ist ein Creeper den werde ich mir holen den Creeper werde ich mir holen so wo ist der Zombie hier lass den in Ruhe du lass meinen Harry in Ruhe das geht überhaupt nicht ich hoffe ich kann trotzdem schlafen auch wenn der Creeper hier ist jawohl kann ich sensationell so also es wird wo Creeper 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 ich sehe lauter Creeper und Zombies na da geht es zu da draußen die Creeper denen weiche ich jetzt getrost aus ah das war nicht ich so hier wächst noch alles so das heißt ich werde diese Folge jetzt mal beenden und in der nächsten Folge wird dann kräftig weitergemacht Erde gesammelt und hier der Zaun nochmal ordentlich gemacht ich beende aber dieses Video jetzt diese Folge und sage herzlichen Dank fürs Zusehen schön dass ihr wieder dabei wart ich bedanke mich und sage Game Over und Ciao 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017